Musik Goodbye Musik 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 Geil Ich hab' den Fehler aufgetreten Warte was ist mit meinem Handy jetzt los? Hallo hörst du mal auf? Nein Was macht mein Hintergrad? Alter das will immer drum wie sonst das Warte mal meine Maus packt gerade Ich hörst den mal raus Ich hab noch einen Lavasäe gefunden Meine Maus packt gerade an wie rum Jetzt gehts Jetzt gehts wieder Die ist wohl cool ne? Ja ich hab halt nur 3 Kabel die auch gefangen Aber Glück des Meeres Ich angel so Oh geil eine Angel geangelt Danke Ich hab zwei Angeln mit Glück des Meeres 2 Stimmt ich mach die Angeln jetzt zusammen Dann hab ich auch Glück des Meeres 2 Ich hab noch Halberkeit 3 drauf Wie man einfach ne Angel verzaubern kann Ja ich hab's ja geangelt Geangeln Ich hab ne Angeln Lange mal darüber nachdenken Man verzaubert ne Angel Ich hab die ganze Zeit wiedergabe fähig Ich mach starten die App neu Der Spinn Der Spinn Dominik ich klau mal Erde von dir Von meiner Kiste? Ja Ja brauche ich nicht Darf ich? Brauchst du eh nicht Wie viele Kühe? Ja! Yes! Ralf Rute ich geh angeln BAM ALTER Der Bräine Der Bräine Der Bräine Der Bräine Der Bräine Der Bräine Halt mal kurz die Fresse Du bist so satt immer Hormone zu nehmen Und dann haben wir Persona entdeckt Das ist ein kleiner Monitor der so zwei Hormone im Urin misst Oh! Heute ist dein grüner Tag Ah! Da können wir knattern Wuhuhuhu! Boah die Gaffe Der Bräine ist mein Einzelmännchen Ich geh angeln Alter das ist mega spontan Ich geh angeln Alter das war mal voll der geile Schuss in der Bräine Got your parents more respect D-d-d-d-d-d-d What, what did your parents do wrong? BAM ALTER Warte mal Ich muss mal kurz was dir tun Muss ich jetzt auf das Tor einkeulen BAM ALTER Sag ich doch Dann muss ich darauf jetzt erstmal einkeulen So Und? Ach du BAM ALTER Hier geht es aber schneller Warte Ich hab nur zu meinen M existent Ich천 Wer ist eine Blume vor mein Haus gesetzt? Weil die sind die Meinung, dass da klop... da kloppt geht? Haben sie das... Ey Marcel, jetzt hat er eigentlich... Ich weiß, ob er nicht kommt. Döp, 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 döp. Döp, 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 döp. Döp, 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 döp. Döp, 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 döp. Döp, 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 döp. Döp, 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 döp. Alter. Bumm. 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 Ah. 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 Wurde der Herr S immer so Ach, du hast wieder Busch Ich würde mal sagen, im Anbruch vom nächsten Tag komme ich dann Darf ich dich Angel TH nennen? Darf ich dich Angel TH nennen? Ach ja, ich fand es irgendwie witzig, wie ihr dann alle ausgerastet seid Weil ich ein bisschen später komme Ich habe den Master irgendwie so fünfmal angerufen Ach, ja Ich habe mich nicht gejuckt, ich bin einfach nicht rangegangen Oh, badass Nee Einfach nur, nee Bestimmt hast du ja einfach heimlich Nevedias gefarmt Oder gecheatet Der war zwar weg, aber auch egal War die Idiot Nein, meine ganzen Zäune, meine 53 geilen Zäune sind alle auch weg Fick dich, Spiele Und wenn ich diesen einen Mod draufhinde, ne Ey, ey Welchen Mod? Diesen Inventar Ordnungsmod Mod, Mod Du warst bei mir gerade übel im Takt, Mann Ey, ich habe Profi geangelt Ich habe deine Mutter geangelt Und ich kriege es einfach nicht hoch im Wasser Hat jemand einen Amboss Ich könnte mal einen machen Ich habe einen Amboss Warte mal, ich mache mal einen Komm, nee Vergess es Moment, Leute, ich muss mal kurz kaufkommen Ja, ja, schon wieder So, mit dem Stack Fleisch müsste ich endlich hinkommen Das war ein Super-Schuss von der Breine Der Breine Ach Äh, wie geht nochmal den fucking Amboss, Alter, ich habe schon wieder vergessen Drei Eisenblöcke Und die obere Reihe in die Mitte Ach, hier stimmt denn die obere Reihe Und ganz unten dann Ah, ich habe es ertauscht Ich habe ganz unten die Eisenblöcke hin Ich bringe jetzt mal kurz einen Kindergartenspruch Ach, das ist schön Du bist dein Hurensohn Hä? 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 Ich habe dir gedacht Döner Ja, Mann! Riesen Hier los Deine Mutter stinkt sogar auf Fotos Nice 3, 1, 3 Ich verstehe die Wie viele Tyde wievieles Spielminute ist es jetzt? Das heißt irgendwo Der 38 Jahrhö и Nutz Schön für die Juckt michil Immer nicht Seit Fußball juckt mich einfach nicht Ja, dann Ich rede doch nicht drüber Ja, dann hat das Alter Bastos Wiedereurne. Hm, Scheiß skating Man Beth waste Besteht sich schon an on Sachen AUS тем Mitarbeiter Aull so wenn wir schlafen gehen könnten dann wäre es nice Alter was läuft der auf meinem Alter ich hab grad alles in den Händen was macht ein Zombie noch mal aus? hä, er stellt Grün hä, er stellt Grün Digga, halt die Fresse ich kann das nix mehr hören ich kann dich schon nix mehr hören Mensch, ich hör dich nicht ich fühl mich voll beleidigt vor allem wo wir bei Tobi dann einfach zusammen mit dem sogenannten Block die ganze Zeit MSP geguckt haben und wir uns so übel abgelacht haben weil ich da so abgerübst hab Bastardo du bist ein Hurensohn sag mal Klettergerüst Klettergerüst du bist ein Hurensohn du hast Nackmann geküsst sag mal Sandkasten Dornkasten du bist ein Hurensohn ich hab die Folge schon links bis hin wunderbar ist welches Video von welchem Video rede ich? von welchem Video rede ich? weiß keiner Dominik oh jetzt ist er schnell weg um zu gucken wie das Video heißt denn der Junge weiß ist einfach nicht auswendig weil das ist mein Haus oder? ne das ist nicht mein Haus das ist ein Baum ja André du musst wissen ich hab hier einen Riesenbaum stehen ein Riesenbaum? der Baum ist sogar so riesig dass er sogar mein Haus berührt weil er einfach riesig ist weil ich ne Baumfahne nehme mal raus was hat sich eigentlich alles so an dein Haus verändert? alles 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 also steht dein Haus so gesagt gar nicht mehr schaust sie an ja ich komm dann im Einbruch der des Tages ok äh wir könnten von mir aus wirklich schlafen oder? ja bei mir ist gerade ne kleine Monsterschlacht also geht schlecht dann lefte vor allem wie zwei vor allem wie zwei left again aua die zwei zwei identische Creeper Massel ich bin schlafen ich bin in Bett Massel 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 oh oi uuuuhhhhhh sag wenn es Tag ist da komm ich w w w w w w ja ich glaube das Holz was ich gerade farme es reicht eigentlich ich brauche keins mehr Farmen hier ich habe, ey Tobi ich habe jetzt den Riesenbaum abgefahren Alter, der ist sogar so riesig, ich bin immer noch nicht mit dem fertig ich habe noch Holz übersehen Leute, hier brennt das eine Skelett gar nicht nett wirklich nein Gott ähm erstmal so, 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 ne, steht einfach ein Skelett ohne irgendwas das gar nicht verbringt ah so, hier fehlen noch Sachen da fehlt noch Baum, lol, geh ich gar nicht, lol, geh ich glaube ich gerade in den nächsten Riesenbaum über wo das ist immer noch derselbe, ich weiß nicht, weil hier einfach so viele Blätter sind Semmelbröse was ist das die Riesenbaum abzubauen das Problem ist, dass da Holz neben meinem Haus ist und das heißt, dass das dass die Blätter hier wahrscheinlich sein wird bleiben werden das heißt, ich muss die dann separat abbauen, ja geil ratter, ratter, ratter ey, Mastella ist jetzt Lohnrouten mitgebracht? iiiiih, ne shit, wie denn noch? ich glaube die waren in seinem anderen Inventar äh, die waren immer im Inventar richtig und ich bin in Lava gefallen ach so, nachdem du es die zwei oder drei Mal verloren hast genau, ja ich habe die bei den zwei, drei Mal habe ich sie ja nicht mal gekriegt, weil die nicht mal anlärmt in der Nähe war dann habe ich die Erfahrungskugel gesehen, dann war ich total safe ich war übel safe, bis ich dieses Wurther-Skelett von der Brunnen geschlagen wollte und es mich einfach dann auch geschlagen hat, während es geflogen ist wir haben uns also beide irgendwie, ich habe ihn geschlagen, es hat mich geschlagen ich bin weiter geflogen als es, was völlig unlogisch ist und ich bin auch in die Lava gefallen was heißt, soll ich dir ein Steckfleisch für deine Hunde mitbringen? äh, warum, nein? er will Sympathie, aber okay, dann nicht Sympathie-Rat ja, bring doch einfach mit, ist doch scheißegal, was nicht Woll, hey Ma, 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 What I do? What I do, 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 what I do? Organ in Dominik's Mund so, hallo Freunde, herzlich Willkommen zu meinem heutigen DM-Haul Ich dachte schon, du startest jetzt echt eine Folge Ich glaub auch also ja was willkommen denn bei jemanden kennen den kennt ihr auch und der hat meine typisch gemacht hat sich auch so an wenn eine typisch anmodell an auch jemanden in dennoch ein herzlich willkommen der den kannst du nicht aber wir drei Kinder schon obwohl ich war auch bei der es so redet wie du Gott gemacht das will auch alle und dass sie willkommen wer also nicht so gelangt also heil und herzlich willkommen naja das musst du selber rausfinden das ist nicht nager oder oh ich bohr Gott mein Haus ab, geil Liger behindert so also ich könnte mir noch einmal kurz die Codys durchgeben damit ich auch in richtige Richtung lauf Hotels der Codys ja da gibt es nur einen bau dumm 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 so wie war das so mein Schwul hier ich bin einfach in Richtung es muss schon richtig sein 930 333 glaube ich was wie nochmal 930 333 glaube ich das ist 930 333 alles klar ich weiß aber nicht genau du bist ein Hülensohn das reicht mir eigentlich la 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 Torben Bruns ist sein Hülensohn da bin ich in der Höhle und grab mich dann auf den Mamasetzkern rein Alter was soll die Scheiße wie schnell wachsen hier bitte Bäume ja ich habe auch gerade Bäume hingepflanzt die sind schon gewachsen ja es sind mega Bäume geworden ich habe den Baum hingepflanzt bin einmal irgendwie mein Haus hoch und jetzt sind auf einmal irgendwie zwei Bäume direkt davon gewachsen geil man hättet den Schmier schon wieder ab sehr gut ich habe einfach drei Äpfel komm start neu oh meine 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 habt ihr erstmal kackt ich habe deine Mutter okay äh ich brauche Alter wie viel Holz ich jetzt habe ich bin kackt ich bin kackt ich bin gerne so für kackt irgendwas ja du bist richtig kacke das weiß ich hey ich hab schon wieder puffy gehören lol das einzige was du geahnt hast ist deine Mom Lommi es denn mal ne ich will nicht vergiftet werden du wirst nicht vergiftet das haben die geändert mhm bestimmt du kriegst dadurch jetzt den Dorneneffekt also wenn ich immer schlägt kriegt der gleich Schaden zurück mhm ich brate ihn die